Moin moin ihr Lümmel. Es gibt wieder Horror. Ich möchte spielen oder wir spielen wie auch immer Morduary Assistant. Eine kleine Demo oder eine etwas größere Demo würde ich fast sagen. Aus einem Leichenschauhaus, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe schon woanders gesehen, aber habe einfach Bock es mal selber zu schreiben. Ich würde sagen, die gehen fast direkt rein. Viele auf Ultra. Ich denke, soweit ist das schon in Ordnung. Untertitel mache ich mal an, für wen wer möchte. Übersetzen werde ich Englisch nicht, denn da bin ich absolut die Kröte. Lesen und Verstehen ist super, aber Verstehen ist dann was anderes. Ich glaube, ich würde sagen, die Musik in der Surveyser machen. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es geht nicht. Okay, bei mir geht's. Es war einfach wirklich wunderschön. Also, ein paar Sachen überfallen. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht. Es war nicht mein Problem. Aber er hat mich nach mir nachher. Ich bin einfach wirklich überraschend. Er hat mich überraschend. Er hat mich überraschend gemacht. Und er hat gesagt, er würde. Ja. So, das ist eine gute Sache. Ja. Es war nicht so, er hat mich überraschend gemacht. 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 Ja. Ich habe noch ein paar Mal. Oh, er hat mich überraschend. Oh, look. If I did anything wrong today, just... No, no. Uh, I wanted to apologize. Ich habe mir das ein fantastischer Job. Ich bin nicht sehr gut. Ich bin nicht sehr gut. Das ist eigentlich warum ich hierher calling. Ich habe es nach, aber wir haben drei neue cadavers. Und niemanden kann es in den Moment. Ich wollte ihr in den Moment. Und wir haben sie vor. Ja. Er ist sicher? Ich bin, natürlich. Of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations! Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Then is she wieder gut genug. Yeah, that's right. Where are my keys? Where are my keys? Yeah, if I could put my hands like this. I'll hold it back to my turn. Joe, I might be a blackmailer here but I'm going to hold it. But I can still use it at all. The nicest people are dead. Okay. The nicest people are dead. Music band shirt. Music band shirt. Music band shirt. For sports. Ah, schon ist es schon gut. Becker Owens. Ist der Apartment, Karl, und der Frontdor auf Riverfields. Da ist er. Das war die Mikrowelle hingestellt. Also jetzt mal ernsthaft. Die Mikrowelle, ich würde sagen, die beiden Fächer sind fast... Oh nein, naja, okay, das ist schmaler hier. Also welcher Architekt war das denn? Ohne Witz. Die Mikrowelle da unten? Die muss da hin und der Kaffee und so? Naja, okay. Okay, egal. Wir spielen aber auch ein Spiel. Ah. Ja, ich kann machen, dass ich... Ich will mal faxen. Ah, es geht natürlich nicht, schade. Okay, egal. So, was haben wir denn hier? Wolfios. Wolfios. There's food in here. Ah ja. Ich bin Hunde, Bruder. Aber wo ist der Hund? Mothpops. Oko-o-o-serials. Half-beats. Keine Biene. Ähm... But I keep putting it on the box that it's got B's in it. Mhm, okay. Mogelpackung also. Oh. Ah, ich hab ein Körper. Oh nein, jetzt... Glitch die Zahnpasta noch nicht hier. Darmbürste, was haben wir hier? Luna Bits. Okay, gut fürs Herz, oder? Oh, Leck. Gips müssen... Da hin. Ja, passt. Hallo. Oh nein, komm schon. Was läuft hier eigentlich für ne... Oh, wieso liegt hier Strohmusik? Okay. Ja, okay. So, wir werden nach Hause draußen, oder wo bin ich hier angekommen? Wo bin ich hier angekommen, oder? Ich bin hier ein paar Karadate. Ja. All right, guess I'll head to the back and get started. A king, a king used that here. Ah, okay, man hat rechts geklickt. Business Calls, Siedelkarten, hey. Nice. Okay. Was für ein Spiel ohne, hey. Die Sicherung ist defekt. Was ist die Währung drauf? A clipboard used for forms. I'm keeping track of every task. Meine Aufgaben, die Obduktion. At least I can keep track of things. Obduktion, Obduktion, obdu, obdu, weiß ich nicht. Ich schaue. Please return it to cold storage. Start it to the next one. Hälfte Key. Embalming Room. Ich glaube, ich will zum Beisamierung. Raum, Raum, Raum. The top drawer of the front desk. Okay. Also, wir sollen sie erstmal holen, Leute. Sie liegt wahrscheinlich schon im Raum, wo sie bearbeitet werden soll. Und dann soll sie zurück in den Kühlraum. Ähm. Don't forget your clipboard. Okay. Ah. Ah, alles schon fertig. Return body to cold storage. Okay. Machen wir das erstmal. Und das wieder wegmachen. Möchte ich ja die Tür ganz schließen. Das irritiert mich total, ne? Ich weiß, wir dringen nicht die Leiche rum. Ich soll jetzt reingehen in die Tür schließen. Und hier ist Einladung. Kommt sie alle rein? Okay. Aber wir müssen jetzt gucken rein. Flohcleaner. Das ist so ein Flöhe zu begrennt, ne? Ein Tankcleaner. Cleaning solutions for cleaning tanks. Und dann... Ah, okay. Das ist mein Dasein. Das ist zwei. Ich habe ja schon einen von diesen. Ja, ja. Doch, nein. Fick dich, Donna. Leck mich doch an den Sack. Bist du ein kleines Arschloch und bist noch Gottes Kack. Okay. Wieso kann ich die zu? Okay. Oh, tschüss. Okay. Okay. Oh, tschüss. So. Drugs auch Telefon. Wo mir die Fluglage auf. Old Key, an Old Key that belongs to Mr. Deliver. Ah, wir müssen erst mal Daten herausfinden, ja, und dann können wir in der Webseite eintragen, nein, nein, okay, Name, Alter brauchen wir erst mal, Weit Arm, Weit Shoulder, okay, wir haben noch gar nichts. Warum sollte ich ihn erst mal zurückbringen? Ups, wie kann man? Das war Dolph Lundgren mit ein paar Kippen zu geben. Mr. Deliver's work, Beth, schreit die, ah nicht, schreit die nicht, okay. I can't hold anything else. That's not it. Okay, wir müssen irgendwas auffüllen auf jeden Fall. That's not it. I can't hold anything else. Ah, sie kann nichts mehr mitnehmen, oder was? Eigentlich? Ist da immer noch zwei Platz? Was haben wir in der Hand? Kann das irgendwie ablegen? Kann ich das denn... Ah, droppen. Okay. Ah, okay. Das ist nicht alles. Ich bin nicht alle. Okay, ich warte. Ey, wer? Ich habe ein paar Punkte. Okay. Okay. Warte. 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 Okay, also... Young Benden ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ja denn eigentlich nur Kurt sein. Kurt Navarro mit Doppel-R. Aber die anderen haben keinen Namen oder so. Warte mal, Kurt ist auch kein Doppel-R. Nee. Aber ich richte immer, als sollte ich... Rückschieben. Ich erschrecke mich bei einem Geräusch. Oh, okay, so ist gut. Ich muss mal nicht verpassen. Oha, okay, das geht nicht. Ähm, wie soll ich den da jetzt sagen? Boah, ist das umständlich gemacht. Okay. Er ist ja auch ein bisschen sehr füllig, der Mann. Aber halt eine Weile. Ja? All right, und tschüss. Okay. Schau mal. Äh, so. Weg-Buddy vom Code-Storage. Weg-Buddy. Identify-Marc. Welchen soll ich denn jetzt? Aber ich sollte sie doch zurückbringen. Äh, ich bin zurückgegangen. Durch sie, jawohl. Ja, wie oder was? Trink. Okay. Jetzt habe ich sie, aha, jetzt habe ich sie, etwas umständlich. Auf geht's. Du, du, du! Okay, wir schauen dich aus. So. Okay. Thanks. Ich würde alles füllen, denke ich mal. Da scheint nichts. Was? Was war das? Okay. Ich denke mal, Inga hat nicht geklingelt hier. Okay. 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 Contertion, oder wie heißt das? Das record, any deserving marks. Right, left. Okay, fantastisch. Ich bin nicht der Nummer. 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 Nichts. Verstehe ich auch langsam. Ich denke, man sieht unten tatsächlich was. Ich bin nicht der Nummer. Ja, Mann. Ich bin nicht der Nummer. Ich bin nicht der Nummer. Young Benden, okay, 90. Wollen wir eintragen, oder? Okay, klicken wir raus. Ähm, right leg. Entschuldigung. Mehr haben wir noch nicht. Das war's auch schon. Dann geht's zu Liedad Nr. 2. Ich brauche die Kopie voran. Wo wurde das jetzt gut gedruckt hier? Hallo? Hallo? Okay, ich denke hier ruht gar nichts. Gut. Ich denke nur danach. Ah, doch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nehmen wir mal wieder. Nehmen wir. Soll ich hier behalten? Aber wo soll ich hin damit? Ich kann das hier nutzen. Okay. Wie soll ich das denn hier nutzen? Wie soll ich das denn hier nutzen? Ach, der Klappe. Ähm. Was ist das denn? Mehr kann ich hier auch nicht machen, ne? Ne. Okay. Ich denke, das soll ich dann erstmal mitschrecken. Wahrscheinlich hätte ich es noch liegen lassen können und hier erstmal sammeln. Gut. Ich würde sagen, wir sind durch liebe Leute. Auf geht's. Kannst du hier schlafen? Hä? Was ist denn von hinten her? Was, ne? Ist hier doch nichts neues? Nein? Okay. Komm, wie kann ich jetzt hier den... Normalerweise hat er mir das angesprochen? jetzt beziehungsweise so noch da ok das gefühl ich bin nicht durch mit ihr ich habe nicht gesagt du sollst den kopf wieder umdrehen und ich das jetzt ich habe eine ablage Oh, Moment mal. Oh, Moment mal. That's not it. I can't use that here. Time to embalm. So, geht's jetzt? Oh, Mann. Was ist denn? Inge. Müsste sie eigentlich packen können hier. C, aber da musst du es mir anzeigen. Was? Oh! Oh! Also. Ich glaube, ich spiele sowas nicht mit Kopfhörer an. War das, was ich Inge gesagt habe? Und? Oh! 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 Okay, schieß! That's not it. That's not it. That's not it. That's not it. Okay. Okay, Milliliter. Okay, hier kommt ein 50-Falt rein. Bedeutet für uns, probier einfach nur aus. Das ist nicht alles. Was sind wir noch zum Mitteln, was ist denn? Glaube das nicht. Das konnten wir noch nutzen. Das? Kriegschirm, genau. Ach, das ist nur eine Schale, ne? Das soll bestimmt des Effizionswelle rein, womit ich dann... Funktioniert. Das ist nicht alles. Super. Wenn man auf die Fresse kriegt, genau. So, jetzt. Was? Nein. Oh, ist der B gerade nicht. Äh, nein. Am Ruckert im Spiel geht's hin. FTS-Einbrüche in das Fall. Okay. Okay. Äh... Ja, für die FPS-Einbrüche kann ich krass nicht zählen. Ich glaube, das ist etwas... Noch die Demo vom Spiel. Müssen wir durch. Oh Gott, hab dich verlassen. Hey, ich guck am besten gleich nach Essen. Ich weiß nicht, ob ich bei der... Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich das weiß. Weil wir... Ja, ich hab's gewusst. Toll, ich glaube auch... Wobei... ... ... ... ... ... Das ist nicht alles. Okay, oh Junge. So, Methanol. Ah, Formalhut haben wir da drinnen. Okay. Also. Okay, nein. Den nochmal weg. Dann denke ich mal. Ja, ein Tano. Jetzt hat man was gefeiert hier. Oh, lau ich mal nach draußen. Zumindest bin ich mit dem Schwung an der Zeit. Okay. 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 Jetzt mal ein paar Minuten. Okay. Jetzt mal ein paar Minuten. Ja. Ja. Das war schon. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Was haben wir hier? Das war nichts. Jetzt kann ich eigentlich am Ende nur noch mal ... Ah, Tank-Cleaner ist ... Das ist nicht alles. Ne. Cleaning Tanks of Embarming Machines. Brauchen wir noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Da können wir irgendwie alles einfüllen. Aber ich denke mal, das wird auch die Reihenfolge sein. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Also, wir brauchen das gar nicht mehr. Ich kann das hier nicht benutzen. Ich denke, das braucht man einmal und dann ist gut. Was ist das gleiche? Ja. 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 Ähm. Einlassen. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal. Ah. Ich kann gar nichts mehr machen. Okay. Ach, Clip-Out. Ah, ich brauche Glutaraldehüt. Dann mix den Bein und Flut und Flut und Flut und Flut und Flut. Glutaraldehüt. Ähm. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Nein. Das ist das gleiche hier. Aber das ist auch nur das Auge. Das heißt, das könnte ich nur ansehen. Blutaraldehüt. Hey. What? Oh, Moment. Oh, er ist sicher. Oh. Oh, er ist nicht schade. Oh, okay. Wieso ist das eigentlich die ganze Zeit auf? Nee, komm. Du warst zu dir aufschlitten. Jojo! Bluteraldi, wo gibt's das denn jetzt hier? Also hier steht was nirgendwo. Da bin ich blöd. Mädels. Tausende Mädels. Injection. Also ich glaube, das wird so'n Spiel. Das werd' ich mir oder würd' ich mir kaufen. Weiß gar nicht. Ob der schon draußen ist. Das war Meta-Mode. Ob ich's mitgenommen irgendwann? Ähm. Das ist nicht das. Ich brauch den Platz. Aber... Was? Wer wird flüht? Das ist... Mal gucken, jetzt muss es irgendwo anders sein. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Amen. Pfff.... Greifen istiyorum. Next, warming flute and pump. I can't use that here, I can't use that here. I can't use that here, I can't use that here, I can't use that here. I can't use that here. Okay. Okay. Hello? Okay. Hey? Okay. 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 That's not it. That's not it. Okay. 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 Das ist nicht es. Ich kann es nicht mehr sehen, flowclean. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Warte mal, das ist ein Old Key. Wofür habe ich denn ein Old Key nochmal? Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist nicht es. Ich kann es nicht mehr sehen. 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 Wählen und Buch. Ich kann es nicht mehr sehen. Frühling 2022. Becker. Nichts zu lesen. Achso, da unten. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Okay. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Hm, vielleicht auch noch mal. Noch mal Comics Blu. 2022 vielleicht. Mit Glück. Okay. Achtung. Das ist ja 12.15. Na, steht die ganze Zeit schon da, ne? Okay. Wie an Kammerz. Anhaltspunkt. Ich brauche einen Anhaltspunkt auf dieses Rätsel, oder für dieses Rätsel. Kann mal gehen und gucken. Ah, hier kann ich nichts machen. Oh Mann. Oh Mann. I'm missing something. Oh Mann. 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 Ich bin zurückgefahren und bin auf der nächsten Runde. I've left the key, I've left the key, and by the way in the top drawer, haben wir gefunden. Was? Anhaltspunkte, Anhaltspunkte. Hm. Äh, Moment mal. Nee, das nicht mein Ernst, ne? Das hat bestimmt schon jeder gesehen, außer ich. Ah! Was? Ja, genau. Inge ist weggelaufen. So, tschüss. Jeder normale Mensch würde genau das jetzt tun. Ich muss hier. Ich muss hier. Sonst bin ich nicht hier. Du bleibst aufschwellen. Ich muss rein. Ja, komm. Boah! Ey, das haben die aber gut gemacht. Was? Nein. Geh nach Hause. Feierabend. Ja, äh. Gut, das machen. Ich komm da ja noch nicht mal hin. Ich komm! Ich komm da sein. Ich komm da rein. Das ist so klar. Das ist nicht es. Ich kann es hier nicht nutzen. Ich kann es hier nicht nutzen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Spiel auf Zeit und irgendwann wird es hier weitergehen. Ah, Flash of Fire. Nein, ich gucke runter. Jemand geschnipst hinter mir, ne? Was? Oh nein, ich wollte eigentlich nie hier lang, aber jetzt will ich da lang. Oh... Ah... Oh... Das ist... Oh. No! Ich werde nicht fahren. Lass mich nicht. Hey, don't! No! Miss Owens? What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. Somebody! Get me out of here! They're gonna... They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Stop it! Oh! Oh! The only way to save yourself, is to manage the people of my death, or you're too far gone. Okay. I'm not yet at that point. Okay. Okay. Okay, I'm not going to do it. Okay. I have to have a hand on it. Okay. They don't need to do it. Ich bin entschuldig. Du hast ihn töten. Nein! Ach, alles wieder beim Alten. Super. Ich fühle mich doch wieder wie zu Hause. Moin! Nicht. Ich habe etwas verloren. Das wird eher eine Infusion sein, oder was ähnliches für Knopf. Niedelinjektor. Ich habe es bereits. Ich habe es bereits. Ich kann es hier nicht nutzen. Ich kann es hier nicht nutzen. Was habe ich da eigentlich? Wie heißt das? So. Ja, genau. Arterien. Niedelinjektor. Ja, das ist da. Genau. Okay, weggehend. Das sind bald bei mir nachher wahrscheinlich. Gehe ich mal auf das Buch. Habe ich ihn jetzt fallen lassen? Die Schmerzen. Das ist eine Arterie, aber Übersetzer, wofür haben wir den denn noch? Karotis, ja toll. Wo ist die Karotis? Ich gucke einfach an ihr erstmal weiter. Mal gucken, wie vor euch findet ihr noch mehr, ne? Ich sitze hier eigentlich ohnehin. Ich bin ja einfach aufgeflüht. Ah, okay. Einmal rübergesprungen. Äh, ach jetzt geht's auf einmal. Na super. Okay, auf jeden Fall. Okay, wir brauchen da einfach zwei davon. Um... Ich habe eine von diesen. Ich habe eine von diesen. Man weiß nie, ob wir irgendwie überstudieren. Das ist nicht es. Das ist nicht es. Das ist nicht es. Ist auch nicht, okay. Woll ich das jetzt irgendwie wieder füllen? Ich bin noch Laie. Ich kann das hier nicht benutzen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Erstmal rauszufinden, was man tun muss. Da sitzt man davor und denkt sich, mach doch mal. Aber nein. Das ist nicht es. Ich kann das hier nicht benutzen. Das ist nicht es. Okay. 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 Ich werde hier für heute auch erstmal einen Cut setzen. So lange wollte ich die eigentlich gar nicht machen. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen gehen. Scheint eine echt größere Demo zu sein. Und von daher mache ich erstmal einen Cut. Danke fürs zugucken. Danke fürs belustigen über meine Erschrecken. Wie auch immer. Mir hat Spaß gemacht. Und bis. Bis zum nächsten Mal.